Ja, wir sind hier, die Frauen am Brunnen, am virtuellen Brunnen, und wir sind Teil des Integralen Forums, nämlich der Online-Salon. Heute wollen wir über Typologien sprechen, aber nicht gleich über alle, obwohl Daniela hat angeboten, eine Einführung zu geben. Und wir werden dieses Typologien-Thema weiterführen in mehrere Sessens. Ah, ich wollte noch dazu sagen, das ist die Ausgabe von November 2019. Und dann fangen wir erst mal an, wie immer, mit einem kurzen Check-in, und dann gehen wir ins Thema. Danke. Ja, ich kann gern anfangen. Ich heiße dann Jela Borschl, ich lebe in Fürth bei Nürnberg, bin Facilitator, arbeite als Entwicklerin von Menschen und Organisationen und Begleitende. Und aktuell leite ich das Integrale Forum, von daher ist mir das Integrale im Moment sehr vertraut. Und Typologien sind mir ein großes Anliegen, weil ich sie gerade in dieser Landschaft oft als nicht so im Fokus stehend wahrnehme. Dem kann ich mich anschließen. Ich heiße Marie Roos, bin aus Luxemburg, habe dort schon sehr viele Jahre einen Salon und bin auch Vertreterin der Salons im IF. Typologien haben mich schon sehr früh interessiert, sehr früh, und ich kenne mich auch wirklich mit einigen aus, nicht nur mit einem oder zwei. Soweit von mir. Mein Name ist Ulrike Jung, ich komme aus Königstein im Taunus. Mich interessiert das Thema sehr, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mein Typus nicht so richtig ins Integrale passt, so wie es im Moment gelebt wird. Und das geht tatsächlich so weit, dass ich so in den letzten Tagen, jetzt ist ja Herbst, die Blätter fallen, ist so die Zeit zu überlegen, was lässt man los, was nimmt man über den Winter mit. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es nicht ansteht, das Integrale für mich loszulassen. Ich bin aus Grün mal weggegangen, weil irgendwann war diese Anpassung an das Wir hatte für mich was Selbstschädigendes. Und im Moment überlege ich so, wie das Integrale gerade jetzt gelebt wird, dass es so sprachbetont ist, die Settings immer wieder so sind, dass sie mich eigentlich nicht in meine Kraft bringen, sondern aus meiner Kraft heraus, ob das wirklich das richtige Umfeld für mich ist. Es könnte sich natürlich ändern, wenn mal ein bisschen mehr Information über Typologien bekannt wird und Menschen, die nicht so einen Standardtypus, den sprachbegabten Standardtypus wie im Integralen vertreten, dass die auch ihren Raum im Integralen Feld finden. Okay, und ich bin die Heidi Hörnlein, in Berlin lebend, auch in Berlin, das war früher, das war vor 40 Jahren, in der Nähe von Rom lebend, ein bisschen südlicher. Und wir haben es eigentlich noch relativ warm, aber es hat geregnet, ganz fürchterlich, letztendlich. Und ja, für mich ist Typologie auch sehr wichtig, weil es gibt zwar die Typologien in der Integralen Theorie, aber irgendwie wird da immer so drüber weggewischt. Ja, Mann und Frau, männlich-weiblich, das ist so eine Haupttypologie. Mann und Frau meine ich nicht, sondern männlich-weiblich. Und ja, und dann gibt es vielleicht noch das Enneagram und dann gibt es vielleicht, naja, aber es wird nicht wirklich mitgearbeitet, habe ich das Gefühl. Und insofern schließe ich mich der an, Ureke, weil es sollte mehr bekannt werden. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns treffen und ein paar Typologien besprechen wollen im Laufe der nächsten Monate. Und heute wollte Daniela so eine Art Einführung geben und dann wir sehen, wo du hinkommst. Und du kannst so eine Art Vortrag halten und dann können wir darüber sprechen. Okay? Ja, danke Heidi. Ich habe jetzt ganz wenig so vorbereitet, dass es kurz ist und eher so als so eine Grundlage, um dann zu schauen, wo wir auch weiterhin können. Ich habe vier Folien auf PowerPoint, gar nicht viel und die zeige ich jetzt mal. Ich schaue mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, es gelingt mir. Seht ihr jetzt eine Folie? Nee, oder was sehe ich noch nicht? Du musst auf den grünen Knopf, ja, jetzt, jetzt kommt es. Habt ihr jetzt eine Folie oder mehrere? Eine. Ja, dann ist es... Innerhalb von Aqua. Genau, dann passt das, weil das ist mit diesen Präsentationen immer schwierig. Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir mehrfach über Typen sprechen, dass wir einmal schauen, wie ist denn die Definition von Typen in dem Integralen gedacht, sodass wir diesen Begriff, also mit dem Begriff Typen und Typologien, einfach in den nächsten Gesprächen uns einigen können, ob wir das als Definition nehmen wollen oder nicht. Also, dass wir das sozusagen auch für uns klarer halten. Und ich habe mir in dem Fall, jetzt muss es nur noch funktionieren, dass sich das auch weiterschaltet. Hier ist das. Genau. Das ist sehr merkwürdig. Das macht nicht, was ich möchte, aber... Doch, es ist da. Ist gut. Jetzt, genau. Also, was sind denn die Typen nach Wilber? Er sagt, der Begriff Typen bezieht sich einfach auf Aspekte, die sich in jeder Stufe oder auf jeder Ebene und auch in jedem Zustand zeigen können. Sehr viel mehr sagt er erstmal gar nicht. Und das finde ich erstmal einen sehr offenen Ansatz, der dann auch in der Definition ein bisschen klar macht, nämlich er unterscheidet, er sagt, Typen im Rahmen dieser Quadranten, Linien, Ebenen, Zustands- und Typenmatrix, das AKAL, die unterscheiden sich eben auf einer Ebene. Also, einen Typen findet man auf einer Ebene mehrere, egal welche Typologie man nimmt. Und auf einer nächsten Ebene würde man wieder mehrere finden. Also, das ist sozusagen ein horizontaler Blick anstatt einem vertikalen Blick. Und dieses Horizontale, das habe ich jetzt in den Worten noch nicht so gefunden, heißt eben auch facettenreich, vielseitig, divers. Also, im Sinne von Vielheit, Fülle. Und Typen sind in dem Sinn nicht entwicklungsbedingt, nach dieser Definition. Ich habe mir jetzt angeschaut, es gibt ganz verschiedene Typologien, das wisst ihr sicher, es gibt Zweier-, Dreier- oder Vierer-Typologien. Also, wir haben eine Zweier-Typologie wie männlich-weiblich in der Ausrichtung dessen, was wir als männlich oder weiblich bezeichnen. Ich meine jetzt nicht die Geschlechter, männlich und Weiblichkeit. Oder wir haben Typologien wie die Sternzeichen in der Astrologie mit zwölf. Ja, wir haben sehr, sehr verschiedene Anzahlen innerhalb einer Typologie. Denn das, was eben nützlich ist, wir haben neun Enneagram-Typen plus die jeweiligen Flügel dazu. Also, egal welche Typologie wir nehmen, wir haben sehr verschiedene Anzahlen, die dienlich sind. Dann beziehen sich diese Typologien manchmal auf einen Quadranten oder eine Seite. Also, zum Beispiel, es gibt Typologien, die die Innenwelt eines Individuums anschauen. Das wäre dann dieser Ich-Quadrant. Es gibt Typologien, die sich zum Beispiel nur auf Systeme beziehen. Es gibt auch Typologien, die wie übergreifend sind. Und das kann ich gleich auch nochmal dann in der Übersicht zeigen. Und wir können die vielleicht auch mit abgehen. Je nachdem, um das dann etwas klarer zu fassen. Also, in der Regel sprechen wir von einer Typologie in einem Quadranten. Aber es ist darauf nicht limitiert. Es ist nur so eine Art Fokussierung. Marie-Ros? Darf ich ergänzen? Also, man kann die Quadranten selbst auch als Typologie ansehen. Genau, das kann man auch. Genau. Auch die Quadranten als solche schon als Typologie ansehen. Denn sie sind ja ein Innen und ein Außen, ein Ich und ein Wir. Oder etwas Individuelles und etwas Kollektives. Man kann auch Ebenen als Typologien sehen. Genau. Und deshalb, doch, ich komme gleich auf Beispiele. Ich glaube, dann wird das klarer. Also, das heißt, man kann, dieses Modell versucht ja, einen Fokus zu, also sozusagen einen Blick auf etwas zu nehmen. Und deswegen gibt es eben nicht immer diese Klarheit. Das heißt, wir finden in der Welt auch Typologien, die etwas vermischen. Also, im integralen Sinne vermischen. Nämlich zum Beispiel einen Persönlichkeitstyp vermischen mit einer Entwicklung vermischen. Und dann ist es schwierig. Vor allem, wenn es sich nicht durchgängig zeigt, dass sozusagen diese Aspekte getrennt voneinander zu betrachten, um diesen Unterschied darin zu sehen. Und es gibt auch manchmal Verwechslungen. Also, viele von euch kennen vielleicht das Enneagramm. Und es ist zum Beispiel so, dass ein Enneagramm-Typ, also laut Enneagramm, sich auch entwickelt. Und dann ist es zum Beispiel so, dass wenn ich ein Enneagramm-Typ bin, der ein sehr fürsorglicher, einbeziehender Typus wäre, beispielsweise die neuen, dann, also ein integrierender Enneagramm-Typ, dann ist das ein Typ, der natürlich in einem grünen Meme, also in einer Postmoderne, auch einen hohen Wert hat. Also, das heißt, es gibt manchmal Vermischungen. Also, diese Klarheit aus dem Typ und der Entwicklung, die kann auch verwechselt werden. Also, nicht absichtlich in einem Modell vermischt, sondern verwechselt. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal auf die Quadran. Und ich glaube, Marie Roos, dann können wir jetzt an der Stelle auch gleich schauen. Schon wenn ich, also ich habe verschiedene Literatur nochmal durchgeschaut, wer was wo anordnet. Ja, und hier ist zum Beispiel der Quadrant links oben. Ich empfehle übrigens immer für Typen, die nicht so visuell sind, die wirklich auf den Boden zu legen und sich dann zum Beispiel da reinzustellen, sie durchzugehen. Also, dieser Ich-Quadrant, das heißt ein Innen, also das ist ja die Innenseite und hier ist es die individuelle Seite. Also, dieser Ich-Quadrant, dahin gehören zum Beispiel Persönlichkeitstypen, also der Meyer-Briggs-Type-Indicator zum Beispiel. Da gehören Geschlechtertypen, also das, was wir gerade hatten, männlich-weiblich hin. Dann Marion Küstenmacher zum Beispiel spricht von Mystikertypen, also alles, was sich sozusagen in einem Individuum innen an Formen oder Varianten, Typen zeigen kann. Genau, ich weiß nicht, welche sind euch da noch wichtig in diesen Bereichen? Ja, da passt auf jeden Fall das Enneagramm hinein, die Big Five und jetzt bin ich nicht sicher mit Astrologie, ob das da reinpasst. Das ist ja eigentlich auch ein Blick von außen, das passt, es ist für die Innenschau, aber es wird von außen gesehen, oder was meint ihr? Astrologie hat mehr als ein Quadrant. Astrologie deckt die alle Quadranten ab. Ah, okay. Astrologie ist ja auch eine Kombination, zwölf ist eine Kombination von drei und vier und von zwei und sechs. Das ist an sich die komplexeste. Ich empfinde sie auch als eine sehr komplexe und ich merke, dass es oft ist, dass wir dann auf etwas fokussieren. Also wenn wir natürlich auf das Sternzeichen einer Person fokussieren, ich sage mal in so einem klassischen Astrologie, also in so einem Magazin, das ich kaufe, wo ich jetzt meine nächsten drei guten Wochen finden möchte, dann geht es ja in ein Verhalten rein und dann gucke ich oft oben individuell. Aber natürlich haben wir Gestirne, die etwa den Lebens-, die Geburtszeitpunkt bestimmen. Und dann sind wir ja eigentlich in Sternstrukturen, dann sind wir rechts unten und natürlich agieren wir miteinander kulturell. Also das ist eben genau die Frage, wo ordne ich es ein oder gerade in diesem Fall ist es, die ich es gar nicht einzuordnen. Ja. Genau. Vielleicht gehen wir zu einem anderen Quadranten. Und zwar das Enneagramm wird bei Grün zwar so eingeordnet, dass es links oben wäre, aber wenn man es sich wirklich mal betrachtet und die Menschen betrachtet, dann ist es oft, die Mutter hat das Gleiche, den gleichen Enneagramm-Typ wie die Tochter oder sowas. Also da gibt es mit Sicherheit Organisches dazu. Und auch die Hormone, also ich sage mal ein Enneagramm-8er-Typ, das ist ein Testosteron-Typ. Und da haben wir rechts oben auch mit drin. Also die Hormone im Körper machen sehr viel aus, was für ein Typus wir sind. Ich glaube, diese psychologischen Typen, die kann man nicht allein nach links oben stecken. Da spielt rechts oben immer auch ganz stark mit eine Rolle. Also in Form genau. Und wenn wir gerade in den rechts oben schauen, dann ist es das, was wir ja messen, sehen, untersuchen, zeigen können. Also was im Außen wahrnehmbar ist. Ja, wie zum Beispiel den Hormonspiegel, den wir messen könnten. Oder den Hormone-Typ. Oder bei den Enneagramm-Typen, die haben ja auch typische Verhaltensweisen. Genau, die ganzen Verhaltenstypen, Verhaltensweisen. Also wenn ich das Enneagramm nehme, die Verhaltensweisen, die einen Typ typisch macht. Also auch bei DISC zum Beispiel, das ist auch ein Persönlichkeitsmodell, was viel in der Wirtschaft verwendet wird. Das ist so, das wird Menschen zugeordnet in einem Innen und wird aber oft an Verhaltensmerkmalen festgemacht. Also das wäre so die oberen Quadranten sozusagen, von meinem Gefühl. Wird auch unterschiedlich zugeordnet, je nachdem, wer über dieses Modell schreibt. Ernährungstypen, Ayurveda zum Beispiel, ja, wo tue ich das jetzt hin? Das ist auch, das kann ich rein als eine Ernährungslehre nehmen, dann könnte ich sie rechts oben anordnen. Ich finde das zum Beispiel auch zu kurz gegriffen. Für mich, ich merke sehr, das hat mit der Fokussierung zu tun. Wo ist die Nützlichkeit in dieser Typologie? Da können wir vielleicht gleich drauf eingehen. Genau, und ich mache es jetzt einfach vollständig, wenn ich euch gleich zum Gespräch öffnen möchte. Also in den unteren Quadranten, in den Kollektiven, gibt es eben den inneren, also den Wir-Quadranten oder den kulturellen Quadranten. Da gibt es dann Typen von Beziehungen. Ich sage mal eine klassische Familie und eine Patchwork-Familie und die entsprechende Beziehung, die Kultur, die man darin pflegt. Oder kulturelle Typen, also französisch-englische Kultur, gibt es sowas. Kommunikationstypen oder Religionstypen, die dann oft auch eine kulturelle Gemeinsamkeit haben. Und dann im Rechtsunten, also in diesem eher systemisch-strukturellen, organisatorischen Außen. In dem gibt es zum Beispiel Typen von Demokratie oder überhaupt Typen von Systemen. Es könnte auch sowas sein wie Sprachfamilien, also alle französisch-sprechenden oder alle anglophonen oder Schultypen. Also das ist unendlich jeweils und ich sehe ganz, ganz stark diesen Fokus, wo ist es nützlich und wo ist es sozusagen nicht so. Deshalb habe ich jetzt die Fragen hier formuliert. Also welche Typen und Typologien wollen wir denn genauer betrachten heute und in den nächsten Gesprächen? Warum wollen wir das machen? Wofür? Und welche wählen wir dann auch? Und damit bin ich so erstmal am Ende mit dem Überblick. Danke, Daniela. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und du hast mich jetzt praktisch dahin gebracht, das zu erweitern, meine Idee. Ich habe nie an Schultypen oder Demokratietypen gedacht, wenn wir von Typen sprechen. Sondern eigentlich fast immer nur oben links und vielleicht noch rechts, aber sonst weiter eigentlich nichts. Das ist also schon mal sehr gut bei mir gelandet. Danke. Ich bin natürlich mehr interessiert an den oben links Typen und vielleicht unten rechts, aber weiß ich nicht so genau. Aber eher oben links. Ja, gibt es sowas wie Vorliegen? Ich habe gerade bei mir überlegt, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich mich ganz stark für links oben interessiert. Dann durch mein Wirtschaftsstudium ganz stark für diese rechts unten Typologien und auch durch die Kultur, also ganz viel Kultur mit Kulturtypen. Und dann war ich natürlich stark in dem links unten. Also ich merke auch, wenn ich zurückschaue in meiner Biografie, dann waren da auch irgendwie andere Schwerpunkte. Also da gab es so Interessen. Manches mischt sich in mir, aber ich habe auch wirklich Vorlieben und Dinge, die mich nicht so mag oder nicht so betrachte. Wie geht es euch? Ja, ich habe für diesen, also für diesen, für dieses Treffen, für diese Treffen habe ich jetzt auch eher an individuelle Typologien gedacht. Aber in meinem Leben habe ich eben auch definitiv schon ganz viel mit anderen auch zu tun gehabt. In der Schule, gut, da habe ich natürlich mit Lerntypen, mit Wahrnehmungstypen, habe ich mich viel damit auseinandergesetzt. Und Schultypen haben mich auch schon immer interessiert. Ja gut, das ist jetzt von meinem beruflichen Hintergrund. Hintergrund her habe ich da auch. Und Wohntypen ist auch interessant und ist gerade auch ein Thema bei mir. Lebens, also Lebensformtypen, was passt da, bin ich gerade auch wieder am Suchen. Was passt, passt mein jetziges oder passt was anderes besser? Könnte was, sollte ich mal was, ein anderes, etwas anderes ausprobieren? Ja. Ich komme nochmal kurz rein. Ich glaube, was ich dachte unter Typen, ich habe es mir mit Typologien verbunden, dass es Systeme sind von Typen, die irgendwie einen Zusammenhang haben und die irgendwie eine Theorie dahinter haben und eine praktische Anwendung. Und ich weiß nicht, ob man zum Beispiel, es ist eine Frage an dich, Marie-Rose, wenn du von Schultypen gibst, gibt es da so was wie beim Enneagram, so eine Ordnung? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, das ist kein System, in dem man sagen kann, okay, alle Typen sind bisher repräsentiert oder alle Typen sind im Leben irgendwo auf der Erde. Das ist nicht so analysiert auf diese Art und Weise, ja, nein, das stimmt. Mir fällt noch etwas ein, was ich ursprünglich als Michel Habecker auf den Sommerakademien immer, was er zu Typen immer gesagt hat, es geht auch anders. Diese Heterarchie, da gibt es unterschiedliche Wege, die sind gleichwertig. Und dieser Satz, es geht auch anders, der ist mir hängen geblieben. Was heißt das, unterschiedliche Wege, unterschiedliche Typen? Unterschiedliche Wege können gleichwertig sein. Es gibt eben Bereiche, wo keine Rangordnung entstehen darf, zwischen Männern und Frauen, also zwischen den femininen und maskulinen Aspekten. Das darf man nicht in eine Rangordnung hineintun. Das sind zwei unterschiedliche Lebensausdrucksweisen. Genau, das ist das, was ich auch vorher meinte, dass es eine Ausfaltung eigentlich in der Horizontale ist. Also, es sind immer andere Möglichkeiten und keine Wertungen, kein besser oder schlechter. Und gleichzeitig bevorzugen wir trotzdem, also Ulrike, auch was du jetzt zum Eingang gesagt hattest, manchmal gibt es trotzdem wie Bevorzugungen von Typen in bestimmten Entwicklungszeiten oder in bestimmten Feldern. Das ist so schade, weil dieses andere, die andere Möglichkeit wegfällt. Genau das macht den Typen aus, diese Qualität von Typen. Für mich ist auch nochmal wichtig, also wenn wir so eine kollektive Intelligenz haben wollen, ist gerade die Diversität von Typen was ganz, ganz Wichtiges. Denn es gibt einfach bestimmte Typen, die decken einen Bereich des Lebens ab und andere, einen anderen Bereich der Lebenswirklichkeit. Und wenn die sich alle in ihrer Stärke ergänzen, dann haben wir eine ziemlich geniale kollektive Intelligenz. Was ich nur leider erlebe, ich sage mal so, wenn ich jetzt auf Orange zurückschaue, bei Orange hatte die Wertigkeit Mann extrovertiert, intellektuell, sprachbegabt, Ich-Typ. Das war so wertvoll. Und je mehr von diesen fünf man selbst hatte, also wenn ich jetzt eine Frau bin, aber trotzdem extrovertiert, intellektuell, sprachbegabt und Ich-Typ, habe ich trotzdem schon mal noch mehr Wertigkeit als jemand, der weniger von diesen fünf Attributen hat. Und das ist einfach unsinnig. Damit nimmt man so viel Intelligenz weg, die man hätte, wenn wir alle mit unseren verschiedenen Intelligenzen zusammenkommen. Ich frage mich dabei, hat es was mit den Entwicklungsstufen zu tun? Dass man in First-Tier eben ganz stark an solche, was ist richtig, was ist falsch, was ist besser, was ist oder was fühlt sich besser an oder sowas, je nach Stufe unterwegs ist. Braucht man dazu eine Second-Tier, ich will nicht eben sagen Weltsicht, sondern es ist mehr, also eine Verkörperung von Second-Tier, um Acht zu geben überhaupt und das andere wertzuschätzen, ja? Ja. Es wäre schön, meine Erfahrung aus dem, ich sage gerne dem real existierenden Integralen, ist aber leider, dass ich das dann nicht wahrnehme, weil Typen einfach zu wenig betrachtet werden. Es ist einfach schade, dass Wilber nicht mehr über Typen geschrieben hat, denn alle lesen Wilber und jetzt hat er blöderweise nicht über Typen geschrieben, also haben viele keine Ahnung von Typen. Aber das fände ich etwas ganz, ganz Wichtiges, weil ich erlebe, also in der gelben Stufe gibt es ja wieder Hierarchie und damit taucht automatisch wieder so eine Wertigkeit auf. Also ich kannte bei Grün diese Unterscheidung Mann-Frau in der Wertigkeit überhaupt nicht und ich komme mir oft zurückgeworfen vor, so wie das Integrale im Moment hier so in der Szene gelebt wird, habe ich manchmal das Gefühl, bin ich jetzt wieder bei Orange gelandet. Das war bei Grün überhaupt kein Thema mehr und plötzlich tauchen wieder solche Wertigkeiten zwischen Typen auf. Ich versuche mir das immer ein bisschen schönzureden vielleicht oder die Hoffnung darin zu suchen. Ich weiß nicht, das dürft ihr wählen. Dieses, dass durch diese neue Form wieder in Hierarchie oder in Holarchien zu denken, wir einfach wirklich versuchen zu kategorisieren oder Nützlichkeiten rauszuarbeiten, aber oft eben in diese alte Falle tappen. Also Ulrike, die du gerade angesprochen hast. Und damit auch, weil es oft in der Abhängigkeit ist, wer irgendwo forscht, wer irgendwo etwas veröffentlicht, wohin Augenmerk gerichtet wird in der Gesellschaft. Und das ist schade, wie du sagst, ich empfinde es auch als so schade, dass eigentlich diese Vielfalt, diese Anerkennung von Vielfalt und Formen im Postmodernen dann wie zurückgeschraubt wird, weil wieder mehr in Richtung Entwicklung. Also es ist wie wenn dieses Streben nach mehr diese Vielfalt nicht brauchen würde. Dabei braucht sie sie. Und ich glaube schon, dass es eine Second-Tier-Verkörperung braucht, nicht nur eine Second-Tier-Kopfverständnis. Das macht einen Riesenunterschied. Und es braucht Übung, Übung, Übung. Ich glaube, es ist so, also selbst wenn ich es verstehe und ich verkörpere trotzdem meinen Typ, muss ich doch auch mich bereit erklären zu üben. Oder in Übung mit anderen Typen zu sein, um sozusagen da empathisch Empathie zu entwickeln und Verständnis und mein Verhalten anzupassen. Ich glaube, sonst würde ich immer das mehr desselben tun. Ja, aber es passieren so skurrile Sachen wie kinästhetische Menschen, die als ersten Wahrnehmungskanal eben das Spüren und Fühlen haben, dass die sich nicht mehr trauen, den Begriff in den Mund zu nehmen, ich fühle das, denn zack sind sie schon wieder grün eingestuft. Was aber eigentlich was Typengerechtes ist. Also sie fühlen einfach. Und das wegzumachen und da entsteht was sehr, ich finde etwas sehr Fatales, indem die sich versuchen anzupassen, gehen wir wieder mehr in Richtung Monokultur statt Diversität. Ja, das denke ich, das hängt davon ab, dass wir über Wahrnehmungstypen im Grunde nie was hören, wenn man nicht spezielle Kurse macht oder so. Ich habe es in NLP gelernt, dass es verschiedene Typen gibt. Vorher wusste ich das gar nicht. Und wer sowas nicht irgendwie schon mal begegnet ist und auch in der Erfahrung und nicht nur mal kurz ein Buch gelesen hat, ist es wieder draußen aus dem Kopf, der weiß das nicht. Also das gehört dann nicht zum Handwerkszeug, in der Welt zu sein, denke ich. Und insofern finde ich es ganz wichtig, dass wir das hier machen. Und wir sollten uns auch dafür engagieren, dass die Typen mehr vorkommen und vielleicht bei der nächsten Tagung, dass wir da irgendwas mit Typen machen können. Irgendwie ein Verkörperungsworkshop oder irgend so was. Marius, da bist du gefragt auch. Und Daniela? Also ja, ich habe jetzt ein hohes Interesse auch an den Kommunikationstypen oder den Sinnes, also den Sinnen, die wir präferieren sozusagen in der Reihenfolge. Das halte ich für enorm wichtig im integralen Feld, auch für mich. Also ich habe auch dieses, ich fühle, ein bisschen gelernt, die zwei Jahre so, die letzten zwei, das anders zu machen manchmal. Und ich kann mir das auch als einer der Stränge für die Konferenz vorstellen. Das ist jetzt auch ein Stück abhängig, wie das Konferenzteam das macht. Ich stelle mir vor, dass das auch sehr wertvoll ist, um insgesamt die Konferenzen oder Veranstaltungen oder Salons, egal wo wir uns jetzt befinden, dass wir das uns immer bewusst machen. Also selbst wenn es uns nicht immer gelingt, dass wir es immer bewusst halten, was wir nicht tun und dafür Räume schaffen, das fände ich schon einen großen Schritt. Setze ich mich dafür ein, auf jeden Fall. Mir ist wirklich noch wichtig, dieses auf andere Typen zugehen. Dieses andere Typen nicht verurteilen. Und wirklich auf andere Typen zugehen. Wirklich sich danach überlegen, wenn man merkt, aha, der mag jetzt meinen Typ nicht oder der kommt mit meinem Typ, findet er minderwertig oder meinen Typ, ist es schwierig, dass ich mich dann frage, ja, was für ein Typ ist er denn und was könnte er denn brauchen, mein Gegenüber, was könnte mein Gegenüber denn jetzt brauchen, um sich zu öffnen, um sich auch mir gegenüber zu öffnen. Also wieder diese Kommunikation und dieses Bewusstsein darüber und mich wirklich dann fragen, was braucht es gegenüber denn, damit es sich öffnet für andere Typen auch. Und mich nicht unterbuttern lassen und denken, aha, der kann mich jetzt, meinen Typ, der kann nicht mit meinem Typ, okay, dann drehe ich mich um und ich gehe, sondern wirklich, aha, was ist der denn für ein Typ und weswegen kann er das denn nicht? Und was könnte denn ein nächster Schritt sein, damit er sich auch öffnet für meinen Typ? Das finde ich ganz spannend in dem Sinne auch, dass man doch, sagen wir mal, intuitiv, sagen wir mal nicht intuitiv, automatisch ablehnt, ja, und dass man sich dessen bewusst wird, also ich sehe das in mir oft, ja, wenn jemand sich anders verhält, als ich es erwarte, denke ich, ja, und so, oder es ist in mir innen drin und dann braucht es einen bewussten Schritt zu sagen, nur jetzt halt mal inne und guck erst mal und versuch doch mal zu sagen oder zu sehen, wie es dem anderen geht und von wo kommt, von wo kommt er oder sie, ja, das kann ich bei mir ganz arg feststellen und vielleicht sollte man das ein bisschen mehr noch machen, weil wir haben so, ich glaube, das ist so tief in dem menschlichen Grund, wie soll ich sagen, Grundreaktionstypen, dass alles, was anders ist, man ablehnt, ja, und das ist da nichts. Ich glaube, das ist richtig tief, tief, tief drin in uns, ne, die Fremden, die Fremdenangst und deswegen auch die Ablehnung und Krieg letztendlich, weil der andere eben anders ist, das Othering, wie das heute genannt wird, dass wir praktisch als Urkondition in uns tragen und das, finde ich, ist schon ganz schön viel Arbeit, die wir da leisten müssen. Und die Arbeit ist aber eine lohnenswerte, also ich glaube, auch der Ausblick ist, der macht so viel auf, so viele Möglichkeiten, gerade auch ganz in Bezug auf unsere jetzige Zeit, mit, ich sage mal, Klimakrise, neu aufkochenden Krisenherden, Kriegen, ich finde ich gerade, vielleicht liegt darin genau der Schlüssel, auf den wir schauen können, oder einer der Schlüsse ist, sicherlich nicht der einzige, aber einer. Ja, und die vielen, viele Dinge, negative Dinge passieren ja einfach durch Missverständnisse dieser Art, dass man interpretiert, dass der andere was ganz was anderes meint, als er wirklich gemeint hat oder getan hat und so. Ich denke, jetzt ein Beispiel, was ich mit den Frauen von Südafrika besprochen habe, über das Purple Level of Development, über Purple, und die dann in blaue Strukturen kommen. Und wenn die Leute, die Unternehmen in blau aufbauen, die denken, das ist normal so, und die sagen, dann und dann muss das und das gemacht werden und benutzen ihr, was sie kennen, ihr Repertoire von, wie man mit Menschen umgeht. Aber mir wurde gesagt, in Purple ist das ganz anders. Wenn du, die sind liebend gerne und arbeiten für dich, ja, aber du musst sie richtig, richtig ansprechen. Du kannst nicht zu denen sagen, also du hast jetzt das zu machen und du hast jetzt das zu machen oder ohne noch was dazu. Im Purple ist es alles auf Beziehung und Miteinander sein. Das heißt, wenn du zu den Menschen sagst, dass du wirst Arbeit haben und deine Familie und es wird dann alles zum Guten der Familie passieren und du wirst doch auch, dass deine Kinder und so, und dass die irgendwie eingebunden werden in ihrer Stufe und dann geben sie alles, was sie geben können, ja, freiwillig und gerne und sind keine faulen Leute, die nicht machen, was sie tun sollen. Also da ist offenbar mit Rika und René, die beide Spiridynamik mehr als Integra unterwegs sind, die kümmern sich da ganz sehr darum, eine Unternehmenskultur einzurichten in diesen Ländern, auch Ghana, wo eben die blauen oder sogar orangenen Strukturen lernen, mit den purpuren Strukturen umzugehen. Insofern ist das eben auch Typologie, die Ebenen. Ja, spannend. Wie kam gerade so die Idee, dass wir an sich, wenn wir schauen, wo wir auch unsere Erfahrungen schon sammeln konnten und da sozusagen die Erfahrungswerte, die nützlichen Dinge nutzen, dann wäre das, und das vielleicht übertragen würden in dieses oft noch sehr intellektuelle, integrale Meme, könnte ich mir, kann ich mir einfach dienlich vorstellen. Also ich merke, ich habe ganz viel von diesen kulturwissenschaftlichen Erfahrungen her, auch im eigenen Erleben. Und da weiß ich einfach so viel über auch Möglichkeiten dann, sozusagen Brücken zu bauen zwischen Unterschieden, also wenn ich eher kollektiv oder eher individuell unterwegs bin als Kultur oder wenn ich eben auch Entwicklung von Kulturen oder welche Verhaltensweisen wie unterstützt werden können mit anderen Aspekten. Ganz praktisch ist das, wenn ich schreibe, wenn ich eine Mail schreibe, dass ich einfach doch ein Bild dran hänge oder persönlich beginne oder also Beziehungsorientierung einbaue. Da gibt es wirklich jetzt in den kulturellen Themen, gibt es richtige Trainings. Schreib nicht nach Südamerika, ohne dass du mal erst mal was Persönliches von dir schreibst und schick denen auf jeden Fall rechtzeitig Bilder von dir und deiner Family und deinen Kindern. Ja, und poste einfach gerade, wie das Wetter ist und sag es nicht nur und komm nicht auf den Punkt und mach nicht eine Agenda. Also das kann man lernen und ich denke mir so, wie es dort gibt, gibt es ja auch in der Schule, wenn ein Kind nicht so auditiv ist, dann nehme ich es eben an der Hand oder ich nehme die Kinästhetik mit. Es gibt doch überall diese Ansätze und wir nutzen sie aufgewachsen seltener, als wir es eigentlich könnten. Das ist so schade. Also die Idee ist jetzt gerade einfach zu suchen, wo es nützlich ist und wie ließe sich das transferieren. Zum Beispiel auch auf so ein Zoom-Meeting. Ich habe tatsächlich auch schon nachgedacht, wie kann so ein Zoom-Meeting denn meinem Typen gerecht werden? Also ich habe, wenn ich die Wahrnehmungstypen nehme, dann bin ich erst mal ein Kinästhetik, danach kommt das Visuelle und zum Schluss erst das Auditive. Das, was wir hier machen, ich sehe euch zwar, aber die Inhalte werden nicht visualisiert. Das heißt, für mich ist dieses Auditive ganz, ganz schwierig und ich merke dann auch, wenn ich, wenn so Gespräch, wir haben heute ein Gespräch, was relativ wenige Pausen hat. Also ich habe auch schon Zoom-Meetings erlebt, da waren, sind einfach ganz natürlich Pausen entstanden und da war so eine Ruhe und Ruhe ist für mich zum Verarbeiten einfach ganz, ganz wichtig. Sonst finde ich meine Sprache nicht, meine Worte nicht. Und so Meetings, die dann so ganz schnell eine Person spricht zu Ende, dann fängt die nächste an. Da habe ich wirklich Schwierigkeiten damit. Ich habe schon darauf geachtet, dass ich mich anders hinsetzen kann, dass ich ein bisschen Bewegung drin habe, sowas für Kindestäten ja sehr wichtig ist. Aber grundsätzlich, das Zoom-Meeting ist, finde ich, noch immer eine sehr schwierige Form für mich. Deswegen mache ich, ich mache mir deswegen immer wieder auch Notizen. Ich dann zwischendurch auf mein Blatt gucken kann oder so, oder das motorische Mitschreiben, das hilft mir dann, konzentriert zu bleiben und konzentriert und entspannt zu bleiben. Ich bin schon konzentriert, ich bin hochkonzentriert und ich kriege das alles mit. Und wenn ich das morgen verarbeitet habe, kann ich wahrscheinlich noch sehr viel mehr wiedergeben, als vielleicht ihr euch daran erinnert. Aber ich finde die Worte nicht. Ich finde die Worte nicht, wenn nicht eine Stille dazwischen ist. Stille hilft in meiner Erfahrung auf jeden Fall immer auch von dem Zustand her in eine gewisse Tiefe zu kommen und zu bleiben. Und das finde ich so oder so, finde ich das extrem wichtig. Ich finde es auch wichtig, aber wenn wir jetzt zum Beispiel für dieses Video, was wir jetzt machen, wenn das dann gepostet wird auf YouTube und wir haben dann Zuschauer oder Zuhörer, da wird ja immer gesagt, mach keine zu langen Pausen. Dafür machen wir ja für amerikanisches Tempo machen wir ja schon sehr, sehr lange Pausen. Weil, ja, Stille im Podcast ist nicht hochgeschätzt. Jedenfalls bei den Gurus. Könnte das ein altes Konzept sein? Frag ich gerade. Die uns nicht anpassen müssen? Ich sagte ja gerade, bei den Gurus, die das lehren, die sagen sowas. Ja. Wenn man den Fokus auf Inhalteffektivität legt und Wissensvermittlung, ja, dann passt es nicht mit der Stille. Aber wenn man den Fokus auf Ko-Kreativität und da hat so, dass wirklich ein gemeinsames Neues entstehen kann, dass Neues emergieren kann, dann braucht man die Stille. Das geht gar nicht ohne. Und das ist natürlich auch eine Einladung an den Zuhörer oder Zuschauer auch in eine Stille zu gehen. Und da kann ja auch was passieren, Ko-Kreativ, bei der anderen Person. Aber die Stille braucht man. Und es könnte genau die Menschen ansprechen, dann auch Podcasts zu schauen, die das bisher nicht tun, weil es ihnen viel zu schnell ist. Das ist ein guter Hinweis. Die Zielgruppe ist überhaupt nicht erreicht. Also wie will ich das messen? Also ich jetzt mal ganz praktisch, ja, das ist wahrscheinlich einfach vergessen worden in den How-to-do Anleitungen. Das ist auch eine Typologie, ne, wie kommen Podcasts an, wie macht man Podcasts am besten? Ja. Ja, wir haben es noch ungefähr zehn Minuten oder so. Jetzt dachte ich, dass wir mal drüber sprechen, was wir denken, welche Typologien wir gern besprechen wollen in den nächsten, bei den nächsten Malen. Also von mir aus ist ziemlich klar für die oben-links-Typologien das Enneagram und vielleicht noch einige der anderen. Ich weiß es nicht. Ich könnte beim Enneagram mitarbeiten, Marie-Rose auch, Daniela auch, du, Ulrike auch? Ja, das ist ja toll. Da haben wir schon was. Wollen wir damit nächstes Mal anfangen? Und dann wäre ich ganz gespannt, Daniela, Typologien, wenn es da Typologien gibt, von diesen anderen Quadranten kennenzulernen, wenn du da nochmal was drüber beitragen würdest. Wäre super. Ja, mir wäre das sehr, sehr wichtig, dass wir schon gemeinsam schauen und ich finde gerade die Kommunikationstypen hochinteressant, weil da gibt es einmal diesen individuellen Teil, also über den wir jetzt hier auch geschaut haben, also was ist sozusagen mein erster Kanal, mein zweiter, mein dritter Kanal in der Reihenfolge der Priorisierung und dort gibt es auch ganz stark eine wirklich kulturelle Komponente von einem extrem unbewussten Kommunikations, von einer sehr ungewohnten Kommunikationstypologie, also zum Beispiel auch wie viel Sprechpausen man macht oder so, manche Dinge sind so tief in der kulturellen Prägung, dass sie überhaupt nicht ins Bewusstsein dringen und die beiden Sachen zusammen machen viel, also das fände ich sehr, sehr spannend zu erforschen. Ich könnte viel zu Kulturtypen beitragen, müssen wir sehen. Der äußere Rahmen bei Kommunikation spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich sehe jetzt auch Typologie werden erst wirklich interessant, wenn es etwas Ganzes ist, wie eben das Enneagramm, was wirklich sehr ausgefeilt ist. Eine Dreiertypologie, unterschiedliche Dreiertypologien, da korrelieren die verschiedenen Typen auch miteinander. Da kann man oder unterschiedliche Vierertypologien, wie auch immer, die können entweder komplett sein, versteht ihr, was ich meine? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es kann ein komplettes System sein oder es kann ein unkomplettes Suchen noch sein und es gibt in manchen Bereichen gibt es keine komplette Systeme, wie wir vorhin über die Schule auch gesagt haben, da gibt es noch, da gibt es kein komplettes System und jetzt, wenn es um Kommunikation geht, kann man ja auch und den Rest, also in dem, in der Struktur, äußeren Struktur, das macht auch unglaublich viel aus und da gibt es auch Vorlieben, ob man in der Natur miteinander redet oder in einem geschlossenen Raum oder über, über, über wie wir jetzt hier, über Internet, aber das sind keine komplette Typologien, das sind dann einfach nur Vorlieben, die irgendwie lose, wo man ein bisschen lose drüber reden kann. Entschuldigung, kann ich mal fragen, was da passiert, da ist so ein lautes Geräusch. Achso, ich habe mit der Hand hier an meinem Dings gemacht, ich habe das nicht gehört, Entschuldigung, ich habe da so rumgeschrammt und das höre ich selbst nicht. Ja, ich habe auch so noch eine Pause, Marie-Rose, oder bist du noch im Denkprozess? Ja, ich bin gerade dabei zu überlegen, also die Kommunikationstypen, weil die auch extrem korrelieren mit Lerntypologien, mit Lerntypen, sind meiner Meinung nach schon auch einige, schon sehr, sehr wichtig. ich sehe die fast noch wichtiger im Moment als Enneagramm zum Beispiel. Enneagramm erfasst ja den ganzen, die ganze Persönlichkeit. Aber Kommunikation, weil wir wirklich in, weil Kommunikation gerade im Moment in der Welt auch so extrem wichtig ist. Ja, und da zieht es mich auch sehr hin. Ich glaube, das ist einfach wichtig jetzt, also ich kann eben den kulturellen Beitrag dazu leisten, wie dort Typologie, also was dort für Typologien sind in Bezug auf Kommunikation, aber das ist dann, wäre dann eher der kollektive Blick darauf. Mich interessiert aber auch sehr der individuelle Blick darauf, also die individuelle Typologie. Aber das mit den Sprechpausen zum Beispiel ist eben auch ein kollektiver Anteil, ne? Genau. Eigentlich schon auch da hineingegangen. Ich würde es dann schon versuchen auch mal, das habe ich bisher noch nicht so gemacht, tatsächlich mal in den Quadranten zu gucken, Kommunikationstypen. Und das von daher noch zu ergänzen zusätzlich zu den Wahrnehmungstypen. Ja, das würde ich ja gern euch erzählen, was es da auf Integral Life gab, die Native Perspectives, also die, wie Menschen haben meistens eine Vorliebe aus einem Quadranten sich in die Welt hinaus zu begeben und das rauszufinden, wo bin ich und wie ist mein, es ist nicht der Blick auf die Welt, es ist tiefer irgendwie, es ist, ich fand es ganz faszinierend jedenfalls, da würde ich gern euch möglicherweise auch die Ausschnittchen zeigen und dann was noch faszinierender ist, wenn man in mein oben links Quadrant, wenn das meine natürliche Perspektive ist, wenn, wie dann meine Gedanken sind, wenn ich Leute aus anderen Quadranten reden höre, ja, so dieses, was wir vorhin gesagt haben, das spontane, oh Gott, jetzt red der wieder oder, ne, und ganz, ganz, ganz spannend, das würde ich gern ein bisschen erarbeiten und euch zeigen. Ja, ich sehe gerade auch, es ist total interessant, wenn jemand immer wieder auf gleiche Inhalte kommt, dann kann das, diese Vorliebe für gewisse Inhalte, für erste Person reden, oder zweite Person reden, oder dritte Person reden, das kann im Prinzip auch als Typologie gesehen werden und ist nochmal, ist halt dann mehr, ja, rechts oben gelagert, ja. Und das ist ja dann auch ein Aspekt, der dann manchen Forschungen sozusagen dazwischen geht, also wenn wir jetzt Stages nehmen, die ja dieses aktiv-passiv, die Ich- und die Wir-Sprache eigentlich als ein Synonym für Sprach, also für die, für die zum Beispiel für dieses Scoring nehmen, oder auch Kurkreuter, also die Ich-Entwickler nehmen ja viel Satzergänzungstests und schauen auf Grammatik und auf Worte und auch auf Ich und Wir und inwieweit das sozusagen eine Entwicklung zeigt, des Ichs oder wo das eben zum Beispiel die Native Perspective ist oder schlicht die, es fällt mir sowieso schwer, Worte zu finden, das ist nun mal nicht meine erste Wahl. Ich bin froh, die, die kommen, die nehme ich, also so, das sind ja drei Aspekte auf dasselbe, ja, spannend. Ja. Wenn jemand immer Ich-Sätze macht oder immer Es-Sätze macht, habe ich früher immer Stufen zugeordnet und mittlerweile tue ich das nicht mehr immer. Ich gucke immer, also derzeit gucke ich eher dann, ist es eher jetzt eine Stufe, ein Ausdruck von Stufe oder ist es ein Ausdruck von Typ? Und das kann beides sein, oder so mehr Struktur bezogen. Auf einer Meta-Ebene ist nicht immer, muss nicht immer eine höhere Ebene sein. Es kann auch ein Tick sein, wenn ich es mal so sage, wenn ich es mal so ausdrücke. Und das wird, dann werden alle Gespräche einfach total interessant und wird es total interessant zuzuhören. und sich selbst reden zu hören. Also in der Postmoderne, dann ist ja eher wirklich nach dem Orangenen, wo man mit S-Sätzen gesagt hat und immer alles beweisen musste und dritte Person Sätze und nach dem Blauen, wo man so eher auch Mann Sätze oder es sollte so sein und das muss man diese grüne Kultur, wo man wirklich Ich-Sätze sagen musste und wie geht es mir und bei mir bleiben oder so. Das hat mich irgendwann auch richtig ausgebremst. Und Kommunikation macht mehr und mehr Spaß, seit ich hin und her wechsle und bewusst hin und her wechsle zwischen Ich-Sätze, Du-Sätze und auch mal einen Du-Satz sage, weil das war ja total verboten in der grünen Kultur. Das finde ich gerade noch mal ganz spannend, weil ich ja jetzt nicht zu den Sprachbegabten gehöre. Also ich fand auch bei Grün, weil Sprachbegabung stand sehr, sehr im Vordergrund. Also ich sage mal, wer jemand drückt sich nicht politisch korrekt aus. Also das war ja ganz großes Dilemma. Während wenn jemand sich mal so richtig daneben benommen hat, aber hinterher mit schönen Worten das Ganze glätten konnte, hat man das schnell wieder vergessen. Das zeigt einfach, wie mächtig Sprache ist, dass Sprache oft über dem Tun steht. Marike, bleib noch da und wir wurden nach Vorleben gefragt, was wir gerne sehen würden und machen würden und so weiter. Wofür interessierst du dich für die nächsten Male? Also ich finde auch das Thema Wahrnehmungstypen oder Kommunikationstypen oder Lerntypen, also gerade im Integralen geht es ja sehr viel auch um sich wirklich weiterzubilden, also um zu lernen. Insofern finde ich Lerntypen auch ganz spannend und über Marie Roos bin ich mit dem System von Dorna Makova bekannt geworden, also die eben auch die Reihenfolge von kinesthetisch, auditiv und visuell betrachtet und ich fand das mal abgesehen von Lernen und Kommunikation, also ich bin jemand, ich habe eine sehr starke spirituelle Linie und ich fand gerade dieses was an dritter Stelle ist so, es hat mir einfach noch mal so eine, so eine, es hat mir offenbart, wie limitiert ich bisher in vielen Bereichen war, also zum Beispiel das, was man an dritter Stelle hat, da ist man eben in einem sehr weiten Fokus drin und wenn ich zum Beispiel sowas wie holotropes Atmen gemacht habe, dann lief da immer bis zum Schluss Musik, selbst wenn man dann am Ende noch still liegt, es läuft immer Musik, aber für mich, die ich das Auditive im dritten, an der dritten Stelle habe, für mich kommen die tiefsten Einsichten aus der Stille heraus, das heißt, solange noch weiter Musik gespielt wird, bin ich noch nicht in dieser totalen Offenheit und das war für mich nochmal, ich sage beim Integralen gehört die Spiritualität ja auch mit dazu, ich fand das nochmal was ganz ganz Wichtiges, um individuell zu schauen, wie kann ich jemand anderes fördern, aber auch, wie kann ich bei mir gucken, dass ich wirklich in diese ganz große ins Kausale gehende Weite komme, also insofern bin ich auch mit den Wahrnehmungstypen oder sowas, das fände ich auch sehr spannend. Vielen Dank. Wunderbar, da haben wir ja schon einiges gesammelt und dann können wir nächstes Mal anfangen mit einem, dem, ich glaube Enneagram, das können wir alle am besten oder gemeinsam und wahrscheinlich die anderen, die noch dazukommen werden. Anna wird wahrscheinlich vielleicht auch ihr Human Design nochmal kurz vorstellen, das wir schon mal vor drei Jahren oder so ziemlich ausführlich durchgegangen sind. Monja weiß ich nicht genau, was sie Wert drauf legt, aber wir werden das hören. Wollen wir uns einigen, dass wir das nächste Mal so einen Überblick über das Enneagram, aber nicht nur so die Darstellung, ja die Darstellung ist wichtig, aber dass wir das füllen mit unserem Erleben, mit unserem Typ. Wir können unseren Typ darstellen und das glaube ich ist manchmal vielleicht sogar erheiternd, aber zumindest mehr einsichtsvoll für die Leute auch, die dann zuhören, denn sonst wenn man nur einen Typ hört, 1, 5, 7, was heißt das schon, ja, das ist eine Nummer, müssen wir auch mit Leben füllen. Ja, wunderbar, dann danke ich euch, dann haben wir eine gute Einführung und das ein bisschen geklärt. Daniela, welche Definition nehmen wir jetzt? Hast du das herausgehört? Ja, ich habe jetzt schon gehört, dass wir an sich mit der integralen Definition von Typen arbeiten und so habe ich das jetzt verstanden und wenn wir eben wissen, es ist sozusagen etwas, also wir machen es aber, wir versuchen zu verorten eher, das nehme ich mit, also wir versuchen zu verorten und sozusagen die Qualitäten zu sehen. Ich hoffe, ich habe das, das teilt ihr mit mir, diesen Blick. Ja, ich denke, die Typologien sind ja auch dafür da, dass man verortet und wenn man dann die negative Bewertung oder positive Bewertung weglassen kann, dann ist ja schon alles da, dann sieht man nur die Unterschiede, aber man sieht sie eben klarer, als wenn man sagt, der ist ganz anders wie ich und dann versteht man auch, in welcher Art und Weise der oder die anders ist als wir und dass sie andere Bedürfnisse haben und andere Sichtweisen, wie wir heute schon gesagt haben und deswegen das Verständnis gefördert werden kann, wenn man mehr darüber weiß. Ja, genau, das ist unser Ziel für die nächsten Treffen und ja, Dankeschön und wer zuhört, wenn ihr dabei steuern wollt in Zukunft, bitte meldet euch. Wir sind froh über jeden, der seine Erfahrung und sein Wissen und sein Können und sein Sein mit dazu beiträgt. Okay, dann für heute erstmal höre ich auf mit der Aufnahme.